Das heutige Horoskop, Steinbock, 18. Dezember 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Gehen Sie heute auf Zehenspitzen vorwärts. Stürzen Sie nicht vorwärts, ohne sie im Auge zu behalten. Wenn Sie das tun, werden Sie wie ein Tier sein, das in eine Metallfalle getappt ist. Während Sie um die Freiheit kämpfen, Ihr Bein herauszuziehen, werden Sie feststellen, dass der einzige Weg, dies zu tun, darin besteht, es abzusägen. Die mächtige Sonne in Ihrem Sonnenhaus des Karma wird von den bösen Stürmen des Neptun verzehrt und alles Licht und jede Hoffnung ersticken. Doch in diesem Moment der Panik und Angst könnte es einfach sein, dass das Universum das Beste aus Ihnen herausholt. Schließen Sie die Augen und atmen Sie den Stress durch, bevor Sie Ihre Panik an jemandem auslassen, der Sie liebt. Auch Sie befinden sich an diesem Tag in einem Albtraum. Darüber nachzudenken und darüber zu sprechen ist heute vielleicht nicht mehr dasselbe. Möglicherweise haben Sie etwas im Kopf, das Sie bei der Arbeit besprechen möchten, wenn die Sonne im Schützen im Quadrat zu Neptun im Fische steht. Wenn Sie jedoch Ihre Gedanken ansprechen, kann es sein, dass Ihnen die Sprache fehlt. Ihr sorgfältiger Denkprozess könnte falsch interpretiert oder falsch kommuniziert werden. Wenn Sie also die Möglichkeit dazu haben, sollten Sie das, was Sie sagen, noch einmal proben, bevor Sie es sagen. Das Einstudieren Ihres Texts könnte Ihnen dabei helfen, in Ihrer beruflichen Diskussion den Durchbruch zu schaffen. Der letzte Besuch des Mondes in Ihrem Einkommensbereich in diesem Jahr ist mehr als nur die Chance, die sich jeden Monat bietet, Ihren Geldspürer zu schärfen und als Auslöser zu fungieren. Dies wird zwar dazu beitragen, den Baum zu schütteln, um zu sehen, ob in diesem Jahr noch Einkommenspotenzial besteht. Es ist aber auch eine Chance, mit dem Blick in die Zukunft zu beginnen, da Pluto, der Planet des Wandels und der Revolution, nur noch fünf Wochen entfernt ist. Sie sind beeinflussbar und leicht zu stimulieren. Mit der heutigen Planetenenergie neigen Sie dazu, sinnlichen Impulsen zu erliegen, die nicht immer in Ihrem besten Interesse sind, lange wach zu bleiben und als zu essen ist eine Möglichkeit, das heraufzubeschwören, wovon ich spreche. Das kosmische Klima trägt zu dem verträumten Mangel an Grenzen bei, der gleichzeitig verführerisch und auch problematisch ist. Amüsieren Sie sich, aber geben Sie Ihre Verpflichtungen nicht auf, wenn Sie noch dreimal pro Woche trainieren können, Sie sind kein totaler Spinner. Hoffentlich haben Sie heute etwas Zeit für sich. Selbst wenn Sie einen vollen Arbeitstag haben und die meiste Zeit von anderen umgeben sein werden, wird es Ihnen wahrscheinlich ziemlich wichtig erscheinen, Wege zu finden, Ihre Gedanken zu sammeln. Dieser Tag möchte Sie dazu ermutigen. Ohne sich ab und zu ein paar Minuten Zeit für alles zu nehmen, kann man sich viel schneller überfordert und gestresst fühlen. Machen Sie einen Spaziergang oder, wenn Sie können, eine Fahrt. Wenn der Mond den Steinbock verlässt und seinen letzten Besuch in diesem Jahr in Ihrem Zeichen abschließt, den ersten, seit Merkur vor drei Tagen hier rückläufig wurde, und den letzten, bevor die Sonne nächste Woche zurückkehrt, um Ihren Geburtstagsmonat und Ihren neuen Sonnenmonat zu beginnen, wird dies Sie verlassen das Gefühl, emotionaler und intuitiver engagiert zu sein und viel auszupacken. Das Wochenende wird Ihnen Zeit geben, sich selbst zuzuhören, während Sie sich auf die letzten Tage dieser alten Sonne und die damit verbundene Chance zum Nachdenken vorbereiten. Heute beginnt eine seltene und besondere Allianz zwischen Uranus, dem Planeten der Überraschung, Synchronicität und des Unerwarteten in Ihrem romantischen Sektor, und dem Asteroiden Juno, der Königin der Hingabe in einem abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops. Dies ist etwas, das nächste Woche seinen Höhepunkt erreichen wird, aber den Geist von Romantik, Abenteuer und Nostalgie auf eine Weise vereint, die Sie überraschen könnte, aber mit der Entschlossenheit, den Moment zu nutzen. Täglicher Planetenüberblick Heute steht die Sonne Schütze in einem herausfordernden Quadrat mit Neptun in den Fischen und bereitet damit die Bühne für einen Tag, an dem egozentrische Einstellungen vorherrschen können. Möglicherweise haben Sie das Gefühl, dass Ihre Bedenken Vorrang haben und dass andere mit Ihren eigenen Problemen ähnlich denken. Es ist wichtig, dass Sie sich in Ihrer Sendzone verankern, um nicht dem vorherrschenden Unmut zu erliegen. Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Atmung und erwägen Sie die Einbeziehung von Meditation, um negative Gedanken und Emotionen zu lindern. Trotz Ihrer üblichen Gelassenheit fühlen Sie sich möglicherweise angespannt und unter Druck gesetzt und reagieren langsamer als gewöhnlich auf Situationen. Dies kann auf die Umgebungsatmosphäre oder unzureichenden Schlaf zurückzuführen sein. Gehen Sie bei der Bewältigung Ihrer Aufgaben achtsam vor und achten Sie darauf, dass Sie nicht durch Launen und Feindseligkeit gegenüber denen, die Ihnen am Herzen liegen, überfordert werden oder die Kontrolle verlieren. Üben Sie Selbstdisziplin, indem Sie Ihre Nahrungs- und Getränkeaufnahme mäßigen, um Niedergeschlagenheitsgefühlen vorzubeugen. Wenn Sie die Kontrolle über Ihre Impulse wiedererlangen, wird sich Ihre Stimmung deutlich verbessern. Finanziell läuft es möglicherweise nicht optimal und eine Reihe von Fehlern kann Ihren Fortschritt behindern. Seien Sie vorsichtig und verzichten Sie auf große Investitionen, da Ihre Finanzberater möglicherweise nicht die günstigsten Angebote machen. Konzentrieren Sie sich auf kleinere, besser überschaubare Ausgaben, um potenzielle Schäden zu minimieren. Gleichzeitig absolviert Merkur sein erstes und letztes Wochenende im Rückschritt in Ihrem Karrierebereich, bevor er nächste Woche rückläufig wird. In der Zwischenzeit geht Jupiter in seinem Einkommensbereich in seine letzten zwei Wochen in rückläufiger Bewegung über. Diese himmlischen Bewegungen deuten auf eine Konvergenz von Möglichkeiten hin und bieten die Chance, die Vergangenheit noch einmal Revue passieren zu lassen, zweite Chancen zu ergreifen und ungenutztes Berufs- und Einkommenspotenzial zu erschließen. Behalten Sie die sich entfaltende kosmische Ausrichtung im Auge, denn sie verspricht, dass sich Türen unerwartet zu Ihrem Vorteil öffnen. Himmel für heute Ihre Entscheidungen werden von denen, die Ihnen am nächsten stehen, unerschütterlich unterstützt und bilden eine solide Grundlage für die Herausforderungen, die Sie gerne annehmen, und für den Neuanfang, den Sie in Betracht ziehen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, einen neuen Ansatz umzusetzen, angetrieben von Ihrem ansteckenden Enthusiasmus, der die Menschen um Sie herum dazu bringt, an Ihrem bevorstehenden Erfolg teilzuhaben und teilzuhaben. Da Sie jedoch so viel zu tun haben, sollten Sie darauf achten, mögliche unerwartete Verluste nicht zu übersehen. Ihre Sorglosigkeit gegenüber Ausgaben kann ein Risiko darstellen, insbesondere wenn Rechnungen fällig werden, erwägen Sie einen umsichtigeren Ansatz zur Begrenzung potenzieller Schäden. Geduld ist der Schlüssel, wenn Sie die Rentabilität wiederherstellen möchten. Ihre positive Einstellung schafft günstige Umstände und treibt Sie entweder durch Ihre Bemühungen oder durch zufällige Umstände voran. Denken Sie bei der Annahme von Selbstvertrauen daran, ein Gefühl der Bescheidenheit zu bewahren, um den Neid anderer abzuwehren. Ihre optimistische Einstellung ist magnetisch, aber Ausgewogenheit ist entscheidend, vermeiden Sie es, sich zu überfordern. Die Bewältigung finanzieller Verpflichtungen stellt eine Herausforderung dar, da die Ideen, die Sie in Diskussionen vorbringen, möglicherweise nicht so effektiv sind, wie Sie es sich erhoffen. Seien Sie vorsichtig, wenn andere versuchen, Sie zu bevormunden, und vertrauen Sie Ihrem Instinkt, wenn es um Investitionen geht. Auch wenn es wertvoll ist, Rat einzuholen, bleiben Sie kritisch, bevor Sie Entscheidungen treffen. Wenn die Sonne in Ihrem Finanzsektor in Ihr letztes Wochenende eintritt, erreicht Ihre freundschaftliche Verbindung mit Iris, der Kriegerprinzessin des Kosmos, in einem intuitiven und fantasievollen Bereich Ihres Horoskops Ihren Höhepunkt. Diese Ausrichtung weckt Zuversicht beim Blick in die Zukunft, mit dem Wissen, dass Mars, der Kriegerplanet, für den Rest des Jahres in Ihrem Finanzsektor bleiben wird. Der andauernde Kampf um die Rückgewinnung Ihrer Finanzkraft geht weiter, und diese Ausrichtung ermutigt Sie, ihm mit Zuversicht und Entschlossenheit entgegenzutreten.